Moin Moin und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 für die Switch. Ich esse gerade nebenbei Lebkuchen. Ich hoffe das stört nicht allzu sehr. So, wir haben jetzt wirklich einiges erreicht schon. Filmstudio hinter uns gelassen mit der fiesen Katze und jetzt gehen wir ins Museum. Ich bin gespannt. Ich finde man bekommt wahnsinnig viel für das Geld, weil es immer wieder irgendwas Neues zu entdecken gibt. Ich hab das echt cool gemacht, also ich bin total begeistert. Ich muss zugeben, ich kann doch gar nicht aufhören das zu spielen, weil es einfach so viel Spaß macht. Oh, nachts im Museum. Da sieht es nach Münzen aus. Kann man nicht dagegen gehen? Ich bin gespannt hier wieder. Oh, hier eine Kordel. Okay, da brauchen wir. Da brauchen wir Luigi. Luigi drehen müssen. Oh, den für den Nippel. Und dann auf der Vorhang. Okay. Der sieht schon fies aus, der Dino da hinten. Aber? Lass uns erstmal hier nochmal rumgehen, bevor wir jetzt alles hier... Ich bin mir vorstellt, dass man hier irgendwie... dann kann man anscheinend nicht... Dann kann man anscheinend nicht. Eieieiei. Was, ein Goldener Rabe? Er ist weg. Dino ja? Okay. Oh. Oh. Oh, wie schlecht. Gut, von da sind wir gekommen. Es gibt hier bestimmt noch das eine oder andere zu entdecken. Geh ich einfach mal aus. Oh, man kann die alle... Rune mitnehmen. Auch nicht schlecht. Na gut. Heben mal da rein. Zum T-Rex. Guck mal da. Da ist noch ein Toad. Den befreien wir auch gleich mal. Oh, das klappt wohl nicht so gut. Aie 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 aie. Oh oh. Ah, der ist kaputt noch. Guck mal da. Oh. Da ist noch ein Gran Dammut geschossen. Ah, der hat noch ein Gran Dammut geschossen. Nein, er fängt das immer ab. Okay. Oh. Er fängt das immer ab. Warte mal. Da. Na, gerade während er ist. Okay. Ein bisschen wütend ist er, würde ich sagen. Ach, Leben. Leben, Leben. Okay, es gibt irgendwie nur ein Ei. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger. Ah. Verdächtig. Ah, warte, ich bin in dem Leben da oben. Ah. Was macht er mit mir? Ich glaube, mit einem wird das nichts. Ob das Viech wohl auch auf andere Sachen herumkauen würde? Ah, okay. Warte mal. Was? Ich denke, wenn er die Felsbrocken runter... Felsbrocken runter schießt, dann kann ich die auch sagen. Ah, warte, ich habe eine Idee. Lassen Luigi da reinlaufen. Ja. Das kommt jetzt halt auf. Aber die muss ich so... Oh, jetzt ist er auch noch frei. Zum Scheiß. Das Leben will ich heute noch haben, da. Oh. Hat es ihm nicht gelohnt, das Leben zu nehmen? Auf einmal in diese Richtung. Oh. Ah. Das gibt's ja gar nicht. Oh nein. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Oh. Stein. Ja. Nein. Was macht er denn da? Ah, falsche Richtung. Nein. Boah. Hat er mich in die Erde gedrückt? Die Sau. Ah. Oh. Da kommt ein Hulk da raus. Oh, das sieht eher aus wie so ein Frankenstein. Oh, ein Uhrzeiteinwohner. Da war nicht mehr so viel Leben. Ich hoffe, wir können das irgendwie Totten schaffen. Oh, das sieht nicht gut aus wie so ein bisschen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh. Boah, trotz eine halbe Stunde. Ach, scheiße. Hände so ein Herz, das darf ich mal holen. Ja, das hier unten blinkt schon zu sehr. Ja, das hier unten ist. Ja, wenn er das große Ding macht, dann müssen wir ihn eigentlich betrimmen. Oh. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommen wir nicht mehr raus da. Ist doch nochmal. Oh. Oh. Was soll ich denn machen? Oh. 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 das hört ja ok was er machen können gerade nicht rausgekriegt was da der trick ist muss zu geben so geht es okay das war die dinge da im boden hat der trocken sehr schwierig ist da man ja echt super weg laufen muss und das ist gar nicht so einfach so hierher auch scheiße das ist auch so man kann auch nicht weg springen oder so Ja. 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 Nein. Nein. Ah. Ich hab's geholfen. Oh, diese letzte Ender. Oh. 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 Vielleicht logge ihn einfach hier rüber. Was auf mich hier drauf haut. Oh. so können wir leben aber überlegen ich weiß nicht wie weit ich da entfernt drei runden ja jetzt haben wir hier raus Und wir können Tod befreien. Sehr gut. Hallo! Kommt auf den Button für uns. B2. Oh, nicht schlecht. So. Aha, du hast einen weiteren Tod gerettet. Vomidabel! Bringen wir ihn hier mit Laborensicherheit zum Aufzug. Zum Aufzug kommen. Ah, du hast einen weiteren Tod gerettet. Ah, da kommen wir immer höher, ne? Wollen wir so einfach rauskommen hier. Oder ob es gleich noch irgendwas Problematisches gibt. Das seht ihr oft hier leider. So. 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 Oh, jetzt wird sie wieder ein bisschen sauer, glaub ich. Ja. Ja. Jetzt fehlen noch. Ein weiterer Tod, wir sind Peach und Mario. Die Hälfte ist geschafft. Viel Glück! Okay. So. Setzen wir den letzten Knopf ein. Durch den nächsten Knopf. Den letzten. Oh. Yeah. Mhm. Oh. Oh. Oh, yeah. B2. Hm. Wir müssen mal gucken, wo es dahin geht. So. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ja. B2. 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 W3.